Wir haben in 50 Meter Höhe Abend gegessen in Dubai und die Frage war, ob es irgendwie Auffangnetze gibt, falls man das Handy runterfällt. Und ehrlich gesagt hatte ich übelst Schiss, weil ich halt auch in einer Hand eine Kamera hatte und in der anderen Hand das Handy, dass mal irgendwie was runterfällt. Weil wenn die Dinger runterfallen, dann hasta la vista baby und auf nimmer wiedersehen. Und der Kellner hat uns erzählt, dass tatsächlich einmal eine Gabel runtergefallen ist und die fast einen Mitarbeiter getroffen hatte. Also wenn eine Gabel aus 50 Meter Höhe deinen Kopf trifft, dann kannst du schon mal deinen Namen auf den Grabstein schreiben lassen.